Ich sitze jetzt hier im Auto und ihr seht es hier, das Wasser kommt wieder, wir hätten heute Wiederüberschwemmung, ich bin hier am sperren, jetzt läuft es einfach beim Nachbarn runter, aber da ist mir eigentlich scheissegal. Der Schacht hier kommt mit Wasser Volldampf, hier kommt es oben raus, ja, da muss die Leitung zu sein, ich habe hier eine Wassersperre gemacht, jetzt müssen wir schauen, ob es dem Nachbarn runterläuft, aber da ist auch scheissegal, scheisse, verdammt, scheich, da sammelt es sich, da sammelt es sich da unten, Ja, äh, kann ja nicht sein, das darf jeder mal, wenn es ein Flug regnet. Ja, ihr seht es, wie es da kommt, der Schacht kommt einfach. Hier läuft die Hall, hier läuft die ganze Strasse oben runter, wenn es einfach nichts schluckt. Hier kommt richtig Wasser oben runter, jetzt muss ich hier, glaube ich, noch mehr Wasser machen. Bei mir ist es gut. Hier schluckt es, das ist mein Abwasserkanal, der nimmt Wasser auf. Hier ist mein Bus, aber ihr seht hier, wie das jetzt einfach das Wasser runterläuft. Das ist mein Abwasserkanal, der ist ein Abwasserkanal. Verrägert nur, der Doppel! Wir schalten die Autoren, verrägert nur!